so naja geht jetzt weiter mit dem nächsten teil so da bin ich wieder so 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 die bremsen tatsächlich nicht gemacht sind turbo die bremsen voll drauf sind bremmer sind drin ok bei letzten sie stand voll auf der bremse und ja ich weiß dass du meins aber eigentlich sind alles alles voll drin das sage ich auch immer natürlich wir fahren mit drei rum der keroma müsste gehen da kann auch daraus schießen wenn wir wissen nicht in den autos ok also die draußen sind alles frei teams was wir reingehen und wenn wir draußen ist die frage ich bleibe doch gerne mir ist es wohl ist eigentlich wie es kommt halt ich kann mir beides vorstellen ist auch wurscht hier ist das bodenspuff ok markus der beobachtungsteam also schließen wir raus markus ok ja von mir aus so markus macht den einzelgänger war ja dann hast du auch mal was zu zeigen auf deinem kanal ach mir ist das so wumpe vielleicht kann ich kann auch draußen mal also alles gut gehen wir schon hin irgendwie gehört ja beides aber mit dazu so begibt sich zum grand banks code war ok soll ich vielleicht sogar getrennt getrennt fahren mit zwei autos ja genau das ist es halt das meine ich gebe dir auch noch einen anderen kipp markus die sind auch ein dachverschanz ist auch einfach wenn die die auge oder du bist die auge verschanz ist auch einfach wenn die auge verschanz ist auch einfach wenn die auge verschanz ist Wenn die Baby so auf dem Dings fährt, auf dem Standstreifen, wie bringt der Controller die ganze Zeit? Ja, was denkst du, warum sie da so fährt? Ja, sie hat den Unterschied, dass sie den Controller wahrscheinlich am Schoß liegen hat. Was auch immer du gerade da machst mit meinem Auto. Ich dachte, ich könnte einfach über die Mitte wieder rüber, aber da war ein Graben. Tja, nicht über jede Mitte kannst du rüber. Manchmal ist da auch ein Graben. Ja, manchmal musst du auch rein. Warte, was sagt Yvonne? Ach Gott. Die sagt gar nichts dazu. Die nächste Mission, da schick ich euch beide raus. Hä? Die nächste Mission will ich Feuerwehr spielen, die schick ich beide raus. Oh Gott. Aber du brauchst doch Schläuche. Und Flüssigkeit zum Spritz, zum bespritzt werden. Ja, 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 ja. Hör's. Hör. Ja, ja, ja. Hör. Darf Radonus Kräu. Hör. Hör. Da, da, da... Ja, ja, ja. Über weil ich... Untertitelung des ZDF, 2020 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 bei ww tot ich muss mich gerade ein bisschen so muss aber draußen oder oben wie auch immer sein wieso schießt er nicht ja alter teil bescheuert dass die einen aussichtspunkten schießen kann ok da habe ich hier noch nie die glaube ich irgendwo weiter die rastet einfach mal komplett aus ein gegner noch zumindest hier drin so wir gebe dich zur treppe was auch denn der lebt noch so wird beide her immer step by step und wieder in die alter du sagst den heli da oben ein mann läuft wie geht wie leute bei ich hänge fest naja ok ich habe es ja auf markus platz und gerade die frage es geht so man kann halt jetzt und soll hier oben auf so einen turm hochklettern aber da kann es auch ganz schlecht von runter schließen weil die meistens alle im winkel stehen so nicht schießen kannst ja kenne ich ich habe beide weg oben aber das müssen wir da lebt irgendwo noch was gefühlt zumindest ok älter ist da schaffen hinter dir schaffen ich habe mich habe mich alles gut die können sich aus jeder lage treffen aber zu schießen habe ich auch schon gesehen eben bei der mission wurde ja und dann kommen die auch noch hier hoch geklärt hat alter es ist doch so ein bullshit ist ja auch eine blöde die auf den turm zu bleiben und ja wo soll ich denn sonst hin ich reihe meistens über die straße man schank mich hinten aufs dach eigentlich oder sitzt im auto die mann schluss zurück also ich tüger den moment und dann gehe ich zurück zum auto meistens und dann denke ich euch seien die Fernseher die le Brent so hier ist noch einer wo der lebt und zwar der da das hat er sich sehr ungesund an wie war es gerade über die leichten geflogen ist also noch die halbe leiter hochwerten ja wir haben einen weg geben sollen weil ich hatte gar keine deckung hier drin ich hab mich doch am arsch die rota auch gewinnt sagt wo schießt du mich an ich hoffe dass ich nicht sehe wo die raus weil ich nicht sehe wo die mich her anschießen was was die aushalten schon wieder dabei ist auch normal gestellt ja die halbe irre viel aus habe ich auch schon mehr gerade und die haben nicht mal panzerung an ich sehe vorbei so auf ein neues liebe leute so 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 so